Herzlich Willkommen zu meinem Mittwochs Video. Heute mal eine andere Begrüßung. Ich dachte mir, ach wisst ihr was? Hi! Hallo! Herzlich Willkommen zu meinem Mittwochs Video. Machen wir es trotzdem. Nur für euch. Heute ist Mittwoch und heute ist bei euch. Zumindest Mittwoch. Bei mir nicht. Aber morgen ist der letzte Tag im Jahr. Bei euch. Mir ist immer noch Tastage. Ist irgendwie komisch, wenn man sich schon Gedanken drüber machen muss. Der letzte Tag vom Jahr, obwohl man noch gar nicht in der Nähe dieses Tages ist. Auf jeden Fall ist heute der letzte Tag dieses Jahres. Ich muss sagen, für mich war 2018 ein unglaublich schönes Jahr. Ich habe wirklich die tollste Zeit meines Lebens gehabt. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, das ist auch ein Teil wegen euch da draußen, weil ihr meine Videos angesehen habt, weil ihr mir die Chance gebt, meine Geschichten zu erzählen, weil ihr mir zuhört und weil ihr da seid. Und ja, das ist einfach etwas, wo nicht selbstverständlich ist. Und ich möchte einfach an dieser Stelle auch mal sagen, danke. Danke, dass ihr für mich da seid, dass ihr bei mir seid, hier auf diesem Kanal und dass ihr trotz Silvester einfach noch reinschaltet. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Silvestertag morgen. Und ich wünsche euch natürlich auch am ersten einen wunderschönen und tollen ersten Januar. Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall eine wundervolle Zeit habt und dass ihr auch einen tollen Abend verbringen könnt. Und ja, ich wünsche, dass euer Jahr 2019 genauso toll wird und natürlich auch meins wie dieses Jahr schon war. Also, ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns dann erst im nächsten Jahr übrigens wieder. Das muss man sich echt mal überlegen. Und dann seht ihr mich wahrscheinlich auch in der zweiten Woche des nächsten Jahres seht ihr mich dann tatsächlich auch wieder live. Weil ja, ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich nach Weihnachten und so nicht reden kann. Deswegen bin ich so in dieser Vorproduktion mitunter auch. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Habt viel Spaß und vor allem habt einen tollen Abend und verbringt noch eine schöne Zeit in diesem Jahr und eine mega schöne dann auch nächstes. Bis bald. Ciao.